So, wo auch immer ich jetzt hin muss. Achso, ich muss jetzt töten. Verdammt, jetzt müssen wir sie ausreißen. Da haben wir einiges zu tun. Das war es doch schon. Gegner, drei hoch. Gegner mit Stolz. Wo kommt die denn jetzt über her? Sie bewegt sich. Spaß, Feuer. Leht in Bewegung. Verdammter Hacke. Endlich darf ich mal ballern, diesen Scheiß-Shooter. Oh, ich habe einen KD-Gergen. Oh, ich habe einen KD-Gergen. Oh, ich habe einen KD-Gergen. Da, viel mehr. Geht nicht, erledigt. Achtung, es geht los. Schaut nach rechts. Ich glaube, es soll ich noch draufballern. Achso. Ja, dann geh los, los. Du wolltest losgehen. Dann geh doch. Na. Halt. Na. Ich habe dich gesehen. Na, Flieger. Ja, der Slay is a Lashkin fliegen. Wenn sie nicht stechen, dann... Ich habe mich erschreckt. Entschuldigung. Ich muss ja nicht immer eines korrekt... äh... kommentieren, würde ich jetzt sagen. Er ist doch heute richtig gut, ich muss es nicht. Kommentieren. Er ist nicht los. Leid geht es nicht. Ihr müsst hier umgehen. Er hat einen Fick. Oh, ich bin gespandert. Der Redi. Kontakt auf 2 Uhr. Los, los. Leid in Bewegung. Endlich. Anster, da kommen jede Menge Gegner. In ihrer Nähe ist ein verlassener Verbrauch. Ich muss die Munition aufnehmen. Ich muss die Munition aufnehmen. Ja, sind unterwegs. Okay, zum Abholpunkt. Schnell. Mustapha. Schnell. Nach hinne. Wir sind ja zu PDRC. So bei hinten haben wir auch noch Munition. Stehe Stehe immer noch Immer die gleiche Animation Okay Ich muss genau hier hin Natürlich darf ich ans Geschütz War klar Ja mach gemütlich Junge Wir werden für Stunden bezahlt Ist klar Ja dann los Danke Darum musste ich dann erst so leise sein Sowieso jetzt nichts anderes machen als hier einfach doof rumballern Da kommt ein Flugzeug, da kommt ein Flugzeug, da kommt ein Flugzeug Und tschüss Kommt irgendwann runter Erfolg Alter wie die explodieren ist so unlogisch Ich freu mich auch nicht Ja da war ich auch nicht Alter was ist hier los Teleparty Ja, ich bin dich noch, Herr Steiner Ja, ich wusste, wir kriegen es Macht nichts Wir sind vor denen Ich will mich einfach nur abziehen, Alter Achtet auf den Steg Auf den Sniper Ziel erledigt Klar Gebt ihm jetzt den Rett Ich halte sie am Boden War das doch nicht Abschluss So No, make it real, Leute Ab dafür jetzt 5.000er Animationen, die Total gleich aussieht Aber diesmal sind wir erst die Tür zu machen Sind wir erst die Tür Alles klar Overlord Hunter hier, bitte kommen Wir hören Sie, Hunter Ihr Status Da interessiert sich jemand für uns Schaffen Sie es zur LZ Vermutlich Wir rücken jetzt ab Viel Glück Wir halten Flugzeuge für den Ernst voll bereit Wir können sie Ihnen jederzeit schicken Verstanden So, hier ist es nachts nichts wichtig, Alter Mir ist es zu gebrauchen Wir haben Sie aufgescheucht, Captain Wir sollten bald aufbrechen Mit etwas Glück Sind Sie mit Lösch beschäftigt Wir nehmen es, wie es kommt Wird es eng, kriegen wir Hilfe Bei uns Aber ich hoffe, so weit kommt es nicht Gut Bin ich ins Wasser Scheiße, ich muss ins Wasser Achso Ich weiß nicht, was macht der denn jetzt für den Scheiß Er wird mich jetzt verarschen Ich kann die Treppe erst hochkettern, wenn er oben ist Okay, mhm Ist immer so Leiter hat nur eine Mindestlast zu tragen Er kann nur eine Mindestlast tragen Und wenn einer drauf ist, dann ist es schon Feierabend Das ist tödlich für eine Treppe Äh, für eine Leiter Logisch Wieso sind die alle unsichtbar und ich nicht? Ja, wir sind unsichtbar, deswegen wissen sie, wo wir sind Drei Leute, die gerade dahin gerannt sind Fickenpacken, Fickenpacken Scheiß, Drecksscheiß, ich hasse das PDR Ja PdW ist, äh Was heißt PdW? 1000 Defense Weapons Ja, ist in Ordnung Steh wieder auf Ich zeig dich, weil du nur nicht abballerst Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ey, ihr steht mitten auf dem Scheißding und ballert sie ab und ihr teilt sie nicht Das hasse ich sowas von, ey Gleich gibt's Pucken von so gemiesen Schweine Mann, weißt du, das ist bei jedem fucking Scheiß-Shooter so Du hast Kameraden und die treffen nichts Dann kannst du auch gleich komplett alleine spielen Oh Mann, ey Ja, dann ballert die blöden dreckssicher Ach jetzt so plötzlich auf der Unterstützung Und sie ballern wieder nur auf mich Das ist, Alter, ich müsste mal so ein Video machen, wo ich über die typischen Scheiß-Teile über Shooter rede Ey, du wärst da vier Leute und sie ballern alle auf dich Ich meine, kein Wunder, ich bin auch der einzige der Leute tötet Ja, jetzt hab ich eine Granate neben ihr Lieben Ich bin schon mal im Hintergrund Das musst du mir nicht jedes Mal zeigen. Das weiß ich, dass ich da bin. Und weißt du, woher ich das weiß? Woher ich schon die ganze Zeit spiele? So, und warum wackelt das Visier? Was machen, wie das Visier wackelt? Kurve Bewehr? Das ist ein Sturmgewehr. Sturmgewehr! Lade nach! Geradeaus! Guck mal, wie das Visier wackelt! Warum wackelt das scheiß Visier so extrem? Ach! Ach. Außer. Stört doch einfach, ey. Ziel erledigt. Angegen. Bei der Haltestelle. Ja, ihr habt einen, ist klar. Verbein. Wir sind am Drücker, macht sich fertig. Feindliche Laster. Gehe in Position. Da kommt noch mehr. Ziel erledigt. Kontakt. Ziel erledigt. Sie geht nach rechts. Ich halte die in Schaaf. Ich bin auf. Wir müssen sie auf. Anfall. Gegner erledigt. Ich muss nachlaufen. Scheiße, fucking Panzerfahrt in der Luft. Ich mache da eins mehr. Ich mach nix mehr Ich nehm jetzt Urlaub Störb du Motherfucking Motherfucker Motherfuckte Motherfucker Ja So Gar kein Problem Alles klar Gut die Gefahrsgebar Alter sieht die Äh das ist schlicht die Grafik In der Fall gewesen Sii Na kein Problem war da easy Mit läng so was Ich freu mich Gut endlich haben wir das Spiel auch mal durch Äh das heißt das Spiel durch das Level durch Ich bedanke mich wie immer fürs wundervolle Zusehen Und schrollt alles in die Kommentare Wie schön ihr meine Stimme findet und wie toll ich rumschreien kann Sorry aber es geht echt Irgendwann geht das einem echt auf dem Semmel Leute Es macht echt noch irgendwann keinen Spaß mehr Gut Ja Ich bedanke mich fürs Zusehen Wie immer alles in die Kommentare Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal Nein Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online Tschüss Tschüss